Great Metropolis, werden die Gegner in der Stadt los? Okay, willkommen zurück übrigens. Hm, stimmt tatsächlich. Nächste Mission. Alle Roboter zerstören, okay. 85. Okay, Leute, 85 Gegner. Hui, das war knapp. 85 Gegner machen wir kalt. Das heißt, wir werden sehr aufmerksam durch diese Levels laufen müssen. Du kleiner... Oh, knapp. Ich gucke, ob unten noch welche sind. Nein, hier sind keine. Also, Vector ist halt dieser Chef dieser Gruppe. Der Rocker sozusagen. Und Espyo ist ein Ninja. Und Charmy ist noch ein Kind. Geht doch. Und sag. Zack und zack und zack. 80 Gegner. Aber... Sind das nicht einig? Warte mal, ist die nicht... Ninja Power. Geht die Tür nicht auf? Okay. Ich will die Lied. Proceed mit Kaution. Und be careful, nicht zu fallen. Huh, knapp. Das ist noch kurz vorm Checkpoint. Das ist unfair. Geht doch. Und was kriegen wir? Zehn Ringe. Dankeschön. Hallo, ich würde gerne... Hallo. Gehst du bitte hoch. Gehst du bitte hoch, bevor die Unverbundbarkeit abläuft. Dankeschön. Wir machen jetzt den hier. Das ist ungefähr... Oh, nice. Danke. Das ist ungefähr die Reaktion, wenn ich singe. Absolut grauenhaft. Level up. Die können nicht richtig Level up aussprechen, oder? Hör auf. Ah, ja toll. Jetzt, wo du das machen sollst. Nein. Rein da. Ich habe letztens auch ein Video von den Grand Grubs angesehen, wie die die Story mit Team Sonic durchgespielt haben. Das ist voll lustig. Die sind total im Ausrasten gewesen. Guten Tag. Eins, zwei, drei, vier. Hier ist nichts. Wirklich nichts. Okay. Dann eben nicht. Wie oft hat Espyo jetzt schon was mit Spirit gesagt? Ey, wir haben schon 31. Und Vector wird schlecht. Oder Espyo. Ich weiß nicht. Die haben irgendwie fast dieselben Synchronstimmen. Apropos Synchronstimmen. Ich habe mir mal auf YouTube... Wie heißt es? Sonic Heroes. Alle Cutscenes auf Deutsch angesehen. Es gibt dazu tatsächlich ein ziemlich gutes German Fan-Up. Ich würde es jedem empfehlen, der Fan von dieser Spielreihe ist. Eins, zwei, jawohl. Ich würde es wirklich jedem empfehlen. Denn es ist verdammt gut geworden, tatsächlich. Besser als manche andere Synchronstronics spielen. Jetzt will ich wissen, was da drin ist. Nichts. Dankeschön dafür. Weiter jetzt. Oh, hier sind welche hinter den Kisten. Oh mein Gott, ist das mies. Wir haben da schon die Hälfte. Krass. Wapp. Da war doch noch einer. Ja, aber ich irre mich nicht. Ach, schön. Oh, verdammt. Erstmal machen wir die kalt. Dann kümmern wir uns um die Herrschaften hier. Nein. Ähm. Ich würde gerne die Kanone. In die nackte Kanone. Gut. Machen wir mal... den hier. Jawoll. So, jetzt brauchen wir Charmy. Beziehungsweise... Hier ist doch irgendwas, oder? Ja, kann ich gebrauchen. Beziehungsweise kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Aber die geben Punkte, von daher, yo. Ähm. Wie komme ich denn jetzt? Achso. Hallo? So. Ja. Ich sage ganz schön oft so heute. Fertig. Fehlt nicht mehr viel. Jawoll. Hey, da ist... Achso, ja gut, dann. Und sag, mein Herr... Mein Herr, Schildkröte. Sind Schildkröten eigentlich vom Aussterben bedroht, aktuell? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich nehme Pepp. Ja, auch ab. Also. Ist ja wohl. Ich nehme Pepp. Pepp. Wir haben es geschafft. Let's go. Kannst du etwas tun, Ich kann da in der Tat was gegen tun, liebe Charmy. Ich glaube, diese Unsichtbarkeit wird in den, äh... Bossen im Casinopark und, äh... Äh, Mystic Mansion. Sehr nützlich sein, tatsächlich. Nein, zurück. So, einer weniger und... Jawoll. Noch einer weniger. Hallo, ich will... Dankeschön. Gut, es läuft doch ganz... Ich wollte gerade sagen, es läuft ganz gut und genau dann passiert sowas. Ich kann mich nicht bewegen. Alter, man schmeißt die Steuerung so Banane, ne? Ey, Alter, noch einen Ring, da haben wir 200. Dankeschön. Aber da hinten war noch ein Gegner. Hm. Ich seh' nichts. Geht doch. Boah. Okay, das ist definitiv eine Mission, bei der ich froh bin, dass ich die Parts aktuell auf einen Teil gemacht habe. Bin ich wirklich sehr froh drüber. 15 Stück noch. 14. Kommt, wir zählen jetzt runter. 14. 13. 12. Ach stimmt, das passiert ja dann. Halt. Ich geh mal hier lang, vielleicht ist hier ja noch ein Roboter. Bei genauerer Überlegung halte ich das doch für Schwachsinn. So. Halt, da war noch... Da war ein Gegner. Stopp. Espeo. Nein. Ah. Da war noch ein Gegner. Okay, die Gegner bleiben aber tot. Das ist gut. Das gefällt mir. Dann nehmen wir diesmal den normalen Weg. Ah, es sind sogar drei. Oh nein, wir haben die Level-Ups verloren. Naja, was soll's. Sechs Gegner noch. Links und rechts waren keine, glaube ich, gesehen. Eins, zwei, drei, noch vier. Zack. Zack und zack und zack. Hey, warte mal. Aber das sind doch jetzt nicht die letzten hier, oder? Es fehlen noch zwei. Aber wo sind die? Jawoll. Hier sind sie gewesen. Alter, wie nervig. Gut. Danke fürs Zusehen bei dieser Folge, ey. Das war ja richtig chaotisch. Da saß das locker 40 Minuten hier dran. Hört rein, schau.